Ja, Deutsch ist schwierig, können Sie mir jetzt bitte helfen? Sonst werden wir hier sterben. Kann ich Sie in Deutschland besuchen kommen? Nein, und wissen Sie warum? Warum denn? Weil ich hier sterben werde, dann können Sie mich nicht besuchen. Warum, sind Sie krank? Nein, aber ich verliere bald den Verstand. Ich lege jetzt auf, Tschüss. Tschüss, mein deutscher Freund. Na, super, jetzt ist der Akku leer. Wir werden hier sterben. Hol bitte das Feuerholz, Paul. Woher denn? Hier ist die Kriterstellung 있어 ninguém. Vielen Dank.